Hi, heute kurz erklärt, wie ihr einen Live-Hintergrund einstellen könnt in eurem Windows 10. Dafür geht ihr einfach in den Windows Store, geht hier oben auf Suchen, gebt Live-Lie ein, geht dann auf Live-Lie Wallpaper, ladet es euch einfach herunter, sobald ihr es heruntergeladen habt, einfach auf Starten drücken und dann wird es schon aufgerufen. Jetzt habt ihr hier schon Standard-Hintergründe, die ihr auswählen könnt. Und genau, wenn ihr selber eins haben wollt, so wie das von Itachi zum Beispiel, was ich jetzt hier habe, dann drückt ihr einfach hier auf dieses Plus und könnt dann hier einfach zum Beispiel eine YouTube-URL eingeben. Könnt ihr einfach auf YouTube googlen, Live-Wallpaper und schon habt ihr Live-Wallpaper als Hintergrund. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.